Musik Aber in den Niederlanden haben wir doch so eine tierische organisierte Kriminalität total gewachsen und verfestigt und überall anzutreffen und Schießereien auf offener Straße und Tote und hast du nicht gesehen. Ja, aber woran liegt das denn? Dass die Niederlande immer wieder als schlechtes Beispiel gegen die Legalisierung herangezogen werden, ist eigentlich bekloppt, denn in den Niederlanden wurde Cannabis nie legalisiert. Nur der Verkauf und der Erwerb und der Besitz von geringen Mengen wird toleriert. Der Coffeeshop kauft weiterhin auf dem Schwarzmarkt. Hinten kommt das illegale Gras rein und wird vorne halblegal, nenne ich es jetzt mal, also toleriert, verkauft. So, und der Schwarzmarkt macht die Produktion. So kann natürlich die organisierte Kriminalität auch über ihre Finger mit reinstecken, also das ist klar. Niederlande ist ein ganz schlechtes Beispiel gegen die Diversierung. Anderes Beispiel, was oft oder hier und da genannt wird, ist Kalifornien. Da gibt es einen riesigen Schwarzmarkt. Der ist viel größer als der legale Markt, obwohl da schon seit 2018 keiner ein bisschen legal ist. Woran liegt das? Viel zu hohe Preise, viel zu große Hürden für die Produzenten. Die ganzen kleineren Grower und Farmer, die es immer gab, konnten sich nie diese immensen Kosten irgendwo, die konnten sich nie erlauben, da mitzumischen in diesem Business. Also haben das nur große Firmen gemacht, die von der Qualität her und auch vom Preis her mit dem Schwarzmarkt einfach nicht mithalten können. So ist es jetzt so, dass das legale Cannabis in den Dispensaries doppelt oder sogar teilweise viermal so viel kostet wie das Cannabis, was bei den kleinen Growern, die sich dann teilweise dazu entschlossen haben, nach der Legalisierung trotzdem weiterzumachen, und zwar illegal, wesentlich teurer. Und das Gras von den kleinen Growern, die mit viel Handwerkskunst und Verständnis für die Sache dabei sind, ist natürlich auch viel besser. Und ja, kein Wunder, dass da der Schwarzmarkt blüht. Also, wenn wir legalisieren und es richtig machen, das heißt, die Preise in den Coffeeshops später vernünftige Preise sind, die mit den Preisen im Schwarzmarkt mithalten können oder diese unterbieten natürlich sogar. Und mit vernünftiger Qualität, die vernünftig ist, also besser oder besser als auf dem Schwarzmarkt, im Idealfall natürlich, ne, und sauber, dann ist das kein Problem. Und dann wird der Schwarzmarkt nach und nach verschwinden. Wir sehen das in Kanada, da ist er mittlerweile um die Hälfte geschrumpft. Noch mehr. Mehr als die Hälfte. Er ist klein geworden. Tendenz sinkend. Also, das geht auch bei uns. Wenn wir es richtig machen, kriegen wir das richtig gut hin. Das geht auch bei uns.